Servus Leute. Heute gehts weiter. Heute werden die Äste zusammengeregt. Hier sind die Äste. Hier sind die Äste. Warum ich das mache, finde ich, ist sie zusammen recht. Das hängt damit zusammen im Frühjahr, weil jetzt die Welt nicht. Und da können die wiederkommen, da wachsen die an und werden wieder Bäume. Deswegen muss ich die wegmachen. Und da musst du, bis die gigantischevielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielf Ah. Der erste ist dran, es geht hier weiter. Der nächste ist dran. Der nächste ist dran. Der nächste ist dran. Richtig schönes Wetter heute hier. Zum Ohrbeiden. Der nächste ist dran. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.